Ich glaube, das war gegen Schalke 04 letztes Jahr. Ja, das ist Oliver Kahn, weil er einfach vom Typen her auf dem Platz immer was Besonderes war. Ja, Gesundheit. Da gibt es viele, da habe ich jetzt auch speziell keinen. Nämlich von Herbert Grönemeyer Männer, habe ich früher ganz gerne gehört, aber sonst auch kein spezielles. Das ist Pizza. Dann wäre ich wahrscheinlich auf der Baustelle Arbeiter oder irgendwie hätte ich mal Meister gemacht. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.